So, KI-Schwierigkeit, das ist jetzt auch ein sehr interessanter Punkt, aber es gibt, mal gucken, wie viel gibt es da, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Schwierigkeitsgrade, puh, also ich habe immer das Problem, ich habe glaube ich auf Schwer gespielt, letztes Mal, ich habe immer das Problem, ich bin immer so ein Mittelding, ist genau wie bei FIFA auch, also Schwer ist glaube ich schon ein Punkt zu leicht für mich, aber Experte ist schon wieder viel zu schwer für mich, das heißt ich liege immer irgendwie ein bisschen dazwischen, aber ich probiere es jetzt einfach mal auf Schwer, ich glaube den hatte ich letztes Mal auch, das passt schon, Okay, so, mein Avatar, schauen wir mal, ist mir ja jetzt keiner so wirklich sympathisch von, hm, na komm her, die fette Fresse hier soll es sein, so, Helm, da brauche ich irgendwas Rotes, allerdings irgendwas Schönes Rotes, so wie den hier könnte ich durch meinen Karriereboost kriegen, den ich durch diese super toll Limited Edition gekriegt habe, es gibt allerdings auch nur Limited Editions, oder ich nehme den Senna-Helm, das wäre natürlich mal richtig geil, eigentlich fahre ich immer rot, aber, ah, ich muss den Senna-Helm nehmen, obwohl der hier, den hatte ich glaube ich letztes Mal, ah, ich bin eigentlich mehr so der rote Typ, aber, es muss ein Senna-Helm sein, ah, ich kann den sogar noch ändern, könnte da jetzt quasi ein Schuhmacher-Helm draus machen, okay, es ist aber auch irgendwie jetzt gar kein Senna-Helm mehr, aber anscheinend geht das nicht, okay, dann nehmen wir den hier, den kann ich aber nicht einstellen, das ist ja auch wieder blöd, das ist ja wirklich dumm, den Helm kann ich ändern, diese Karriereboost-Helme kann ich nicht ändern, ja, komm, dann nehmen wir hier den Karriereboost-Helm und dann ist gut, so, Nationalität Krams, ich bin ein German Man, so, die Fahrernummer, sind natürlich jetzt nur die Nummern, die in Wirklichkeit noch nicht vergeben sind, das heißt, Adigan Sutil hat mir meine 99 weggenommen, aber ich habe sie trotzdem noch, so, mein Name ist, äh, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich muss jetzt hier mit Lenkrad schreiben, das heißt, meine Steuerung ist jetzt natürlich so ein bisschen anders gerade, so, äh, dann brauche ich L3, ich hatte Agi, selbstverständlich, okay, so, läuft, wähle jetzt ein Team aus, jedes Team hat andere Erwartungen und Bedingungen, wähle also mit Bedacht, ich finde es ein bisschen blöd, dass man als Newcomer gleich Mercedes und Ferrari starten könnte, das ist doch kompletter Schwachsinn eigentlich, das gibt es doch gar nicht, kein Team würde einen Neuling sofort einstellen, also kein Ferrari oder Mercedes würde das machen, sauber ist mir eigentlich noch am sympathischsten, denn ich muss natürlich oder möchte natürlich ein eher hinterwäldlerisches Team nehmen, oder Toro Rosso, aber ich mag Red Bull eigentlich nicht so, ich fange bei sauber an, weil mir sauber einfach ein sehr sympathisches Team ist, so, Teamkollege ist Eriksen oder Nasra, ich kann sie beide nicht ab, okay, aber ich finde es schön, dass man den Teamkollegen auswählen kann, dieses Mal, letztes Mal war das nicht so und da gibt es die weitere Trophäe, nämlich dafür, dass ich ein Team ausgewählt habe, es gibt vorgefertigte Trophäen für, ich glaube jeweils drei Teams, das heißt eine Trophäe für, ich glaube Mercedes, Ferrari und Red Bull wahrscheinlich und die nächste dann dementsprechend für die drei nächsten Teams, so, jetzt wollen wir hier mal gerade gucken, KI schwer, hatte ich wirklich schwer, ich glaube ja, rückblenden mache ich mal an, Autoschaden, Simulation ist sogar noch eine Nummer heftiger als komplett, okay, aber muss ich natürlich anmachen, Safety Car selbstverständlich an, Strenge für das Schneiden von Kurven, ich mache mal auf regulär, Einführungsrunde, definitiv anrennen beginnt, mit Schaltgetriebe, okay, Fahrhilfen, haben wir ja gerade schon alles ausgemacht, das bleibt auch alles aus, ich könnte vielleicht noch ein bisschen Traktionskontrolle mit reinmachen, ich glaube, das mache ich einfach auch mal, weil es mir, es gibt aber nur Mittel und komplett, weil mich, weil ich das einfach nicht mag, wenn das Auto sofort ausbricht, ja, das ist selbstverständlich alles ganz normal, Karriere-Punkte-Modifikator ist jetzt nur noch auf plus 18%, wahrscheinlich, weil ich die Traktionskontrolle angemacht habe, das heißt, je mehr Fahrhilfen man hier reinnimmt, desto weniger Punkte, vermute ich mal, kriegt man letztendlich, aber ist okay, passt schon. Hi, ich bin Emma Jenkins, Spezialistin für Vertragsrechte, und ich wurde gebeten, als deine Agentin zu arbeiten. Ich werde versuchen, dir die besten Deals beim Vorstand zu holen, weshalb du doch draußen auf der Strecke aber auch dein Bestes geben solltest. Sobald du neue Vertragsangebote erhältst, sowohl von neuen Teams, als auch nur eine Änderung des bestehenden Angebots, bin ich die Ansprechpartnerin. Außerdem halte ich dich auf dem Laufenden bezüglich der Diskussionen hinter den Kulissen, zum Beispiel, welche Dinge das Team von dir erwartet. Wenn ein Vertragsangebot reinkommt, präsentiere ich dir die verfügbaren Deals, und du kannst entscheiden. Ich vermute, das ist okay für dich. Die Lib-Synchro ist grottenschlecht. Das geht gar nicht klar. Okay, neuer Vertrag. Guten Tag, Ere, willkommen beim Sauber-Team. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Du startest neben deinem Kollegen Markus Eriksson als zweiter Fahrer. Wir setzen eure Zusammenarbeit zur schnellen Weiterentwicklung des Autos und Teams voraus. Genug der Worte und ran an die Punkte. Mit freundlichen Grüßen. Die Teamleitung um Monisha Galtenborn. So, wir können uns jetzt umsehen. Naja, super. Wir können uns umsehen. Nicht wirklich. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Stick hätte, könnte ich mich umsehen. So kann ich hier quasi gar nichts machen. Laptop-Einführung. Mit diesem Laptop kannst du deine Karriere verwalten, wenn du nicht auf der Strecke bist. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und mach dich mit den Optionen und verfügbaren Informationen vertraut. Wenn du bereit bist, mach dich auf zur Team-Garage und beginne deine erste Training-Session. Läuft. So, ich kann ein paar Tutorials spielen. Ach, das kann man Videos nicht angucken. Okay, das soll ziemlich interessant sein. Weil man halt diese Punkte verdienen kann damit, wenn man diese Tutorials hier macht im freien Training. Das heißt, die werde ich wohl alle immer mitnehmen müssen. Und das sind gar nicht mal so wenig. Ach, die Scheiße. Okay, kann ich die denn jetzt auswählen? Extra im Training oder wie funktioniert das? Keine Ahnung. Wir starten mal Training. Numero uno. Ihr seht schon, es hat sich so von den Intros und von den Menüs und sowas gar nicht viel geändert zu 2015. Es sind halt ein paar Optionen dazugekommen. Zum Beispiel jetzt dieser Karrieremodus. Garagentutorial. In der ladenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1 Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Okay, so, ich hab den Teamfunk auf Englisch gestellt, weil halt englischer Teamfunk in der Formel 1 normal ist. Ich find's geil, dass man das endlich wieder machen kann. Man konnte das früher bei, ich glaube, 2011, 2012 oder was mal machen. Irgendwann haben sie es dann geändert, dass man nur deutschen Teamfunk machen konnte, was ich echt schlecht und scheiße fand. Und jetzt hab ich endlich meinen englischen Teamfunk wieder. Das find ich ne super, super Sache. So, Setup. Ich bin nicht so der große Fahr-Setup-Typ, muss ich sagen. Aber wir können trotzdem mal gerade reingucken. Du kannst eines der fünf vorangestellten Setups auswählen. Ich denke, das ist auch alles, wobei ich bleiben werde. Allerdings hier in Melbourne, ich guck jetzt erst einmal und fahr mal raus. Denn jetzt haben wir genug gelagert und fahren jetzt einfach mal auf die fliegende Runde. Genug der Worte, jetzt wollen wir mal ein paar Taten sehen hier. Mal gucken. Also dieses Tutorial hab ich jetzt hier anscheinend nicht. Das heißt, ich muss das irgendwo extra wahrscheinlich auswählen können. Ich weiß es allerdings nicht, wo. Das hier ist jetzt dieses komische... Opala. Multifunktionsmenü. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich soll jetzt mit L3... Achso, L3 ist... ...ist der Funk. Okay, und wie stelle ich jetzt das hier? Oh, keine Ahnung. Ich könnte übrigens DRS aktivieren. Ich hab jetzt nur vergessen, auf welcher Taste ich jetzt liegen hätte. Selbst der Manner ist schneller als ich. Ja, okay, 60 scheint auf jeden Fall näher dran zu sein an dem, was mir so vorschwebt als die 30. Was die Lenklinearität angeht. Das ist schon deutlich mehr mein Fall hier. Trotzdem sind die anderen Autos immer noch viel schneller als ich. Da hinten ist der andere Sauber von Eriksen, der jetzt so ein bisschen Stress macht. Einführung zu Ressourcenpunkten. Ressourcenpunkte ermöglichen es dir, Fördergelder auf einen bestimmten Entwicklungsbereich zu verteilen. Es ist wichtig, deine Ressourcenpunkte zu verteilen, um den Boliden und die Gesamtleistung des Teams zu verbessern. Du wirst die Mehrheit deiner Ressourcenpunkte durch den erfolgreichen Abschluss von Trainingsprogrammen erhalten. Mit zusätzlichen Punkten für eine starke Leistung, sowohl im Qualifying als auch in Rennsessions. Das Team hat dir 400 Ressourcenpunkte zugewiesen, um die Entwicklung anzustoßen. Das sind unsere ersten 514 Punkte. Diese Lübsynchro ist echt schlecht. Wunderbar. Hau ab. So, Teil des Programms. Das sind alles Trophäen, die man einfach so im Lauf der Story bekommt. Und diese Umsehntaste, wie gesagt, man hält sie gedrückt und dann könnte man sich wahrscheinlich umsehen, wenn man einen rechten Stick hätte, den ich am Lenkrad jetzt aber halt nun mal nicht habe. Das heißt, im Prinzip bringt einem bei einem Rennspiel diese Taste überhaupt nichts. Das ist echt ein bisschen daneben. Ne, ich kann hier keine Taste benutzen, um mich umzusehen. Ich kann mit dem Lenkrad rumhantieren. Das Einzige, was passiert ist, wenn ich bremse, dass er dann hier so ranzoomt. Aber sonst passiert hier mal gar nichts. Das ist echt ein bisschen schade. So, ich kann jetzt ein Upgrade auswählen anscheinend. Die Motorleistung kostet mich 425 Punkte, Treibstoffeffizienz 250 Punkte, Chassisgewicht 500 Punkte, Abtrieb 475 Punkte und der Luftwiderstand 300 Punkte. Hier sehen wir auch übrigens, wie wir uns verbessern würden im Vergleich zu den anderen Teams. Den größten Schritt würden wir hier machen, bei dem Chassisgewicht. Darum würde ich sagen, wir nehmen das einfach mal. Sobald die Forschungspunkte zugewiesen wurden, fängt das F&E-Team mit der Entwicklung des angeforderten Teils an. Der Transport und die Montage des Teils werden etwas dauern. Vor dem nächsten Rennwochenende wird es also nicht am Teamauto angebracht. Ist gut, macht Sinn. Sehe ich an. So, und die anderen Teams verbessern sich übrigens auch im Laufe der Saison. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die sich so ein bisschen verbessern. Sondern die anderen Teams entwickeln ihre Autos dementsprechend auch weiter. Und wir können zu Training 2 springen. Und können hier das ganze Spielchen nochmal von vorne treiben. Also diese ganzen Training-Sessions sind durch dieses Tutorial und diese Punkte, die man sammeln muss, wirklich wichtig geworden. Vorher hat man die halt so ein bisschen übersprungen. Also ich zumindest. Aber mittlerweile sind sie doch sehr wichtig. So, das hier sind Teamziele. Die muss man sich wahrscheinlich einfach nur merken. Erreiche die schnellste Zeit für den zweiten Sektor, ohne Kurven zu schneiden. Vollende eine Runde mit minimaler Reifenabnutzung. Mit minimaler Reifenabnutzung im Reifenmanagement-Trainingsprogramm. Das wollte ich ja auch noch machen. Also ab dafür. Gucken, was wir jetzt genau machen müssen. Ich muss auf jeden Fall lernen, wieder so ein bisschen ruhiger und smoother zu fahren. Bei Project Cars bin ich doch so ein bisschen am Driften gewesen und alles. So ein bisschen voll aufs Gas getreten und solche Sachen. Weil ich da einfach gerade meine Super Cards am Start habe. Mit denen kann man das super machen. Aber beim F1 Auto ist das doch ein bisschen was anderes. So, also wir müssen das Auto wahrscheinlich hier im lilanen Bereich halten. Was die Reifennutzung angeht. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal so ein bisschen ruhiger und versuche das einfach mal. Oder muss ich es im grünen Bereich halten? Das ist jetzt die Frage. Wow, Auto. Oho, und da seht ihr es. Sofort geht, äh... Geht die Reifenabnutzung runter. Weil ich aufs Gras gekommen bin. Das sah jetzt wirklich krass aus. Ich hab da einfach einen Moment gepennt, hab oben auf die Reifenanzeige geguckt. Anstatt auf die Strecke. Und, äh... Sofort sind die Reifen im Keller gegangen. Von der Temperatur her. Oder von der Abnutzung her. Was auch immer diese Anzeige da oben bedeutet. Vier Runden soll ich fahren. Und ich denke mal, je mehr Runden ich aufs... ...auf die Reifenspule oder auf die Reifen fahre. Äh, desto schwieriger wird es, die Reifen überhaupt auf, äh, an diesem Punkt zu halten. Gerade habt ihr es wieder gesehen. Es ist so ein bisschen rötlicher geworden. Quasi so ein Ausrufezeichen. Und hier wird es wahrscheinlich jetzt wiederkommen. Ne, doch. Wenn man zu stark über die CURBS fährt, ist das für die Reifenabnutzung natürlich auch nicht gut. Da war es wieder. Hier zu stark eingelenkt. Auch da hat man es ein bisschen gesehen. Und ich habe jetzt schon einen neuen Rivalen. Die hast du vorher immer erst gegen Ende der Saison gegeben. Das ist gut. Dadurch spricht man über dich. Sorg einfach dafür, dass... Diese schlechte Lippensynchronisation, die ist so wirklich nervig. Oh Mann, ist das schlecht. So, die Rivalität ist ein Kopf-an-Kopf-Duell über mehrere Rennwochenende zwischen dir und einem anderen Fahrer. Das gab es ja vorher auch schon, allerdings wie gesagt, da erst zum Ende der Saison. Und jetzt ist mein neuer Rivale, mein Teamkollege, Markus Eriksson. Voicemail anhören. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Warum war ich bei der Sitzung nicht dabei als 19. Klar, ich bin gerade mit 5 Sekunden Rückstand 22. geworden, aber soll jetzt 19. werden, oder was? Wir müssen mir auch realistische Ziele geben, Kindes. So. Ach, guck an, kriege ich auch eine Trophäe für das Setup einstellen. Ja, da muss man sich, glaube ich, bei diesem Spiel mit befassen. Bei den anderen F1-Zeilen war das eigentlich völlig Lotte, da konnte man trotzdem immer gewinnen. Aber ich glaube, hier muss man sich tatsächlich mit Autosetups und so beschäftigen. Was für mich dann schon mal nicht so meine Welt ist. Mein Gott, Auto, komm klar. Oh, okay. ich bin Ich bin mehr so der Senna-Prost-Schumacher-Typ Von daher bin ich mal gespannt wie ich auf dieses Spiel hier klarkommen werde Ganz schlecht durchgekommen, aber die ganze Runde war schon wieder nicht so der Burner Aber die Zeit ist für meine Verhältnisse eigentlich ganz gut gewesen So, nächster Versuch Wahrscheinlich ist der Frontflügel gleich wieder weg Extrem spät auf der Bremse hier Aber wir sind schon P14 Ich hab's ja gesagt, im Rennen ist die KI nicht so schnell wie im Qualifying War schon immer so bei den F1-Teilen Zumindest bei den späteren Aber sie fährt dafür natürlich ein bisschen Reifen schonen Also ich werde wieder das Problem kriegen, dass meine Reifen relativ schnell durch sind Oh, ein Kranzgerott und schlecht durchgekommen hier Was ist so schön, dass wir erste Mal wieder in den Folgen so haben Was ist das? So, wie man das hier ist das? Das ist eine kleine Trugen, die Leute hier aufreaktivare Wir sind nur für die dagegen, dass wir hier auch bei der Bremse hier Wir haben hierrops nach dem Mittel, aber ganz gut Wir haben hier auch REALLY ge��만 zu Ihnen Kimi ist aus dem Rennen So, hier ist Gelb Aber hier ist Gelb schon wieder aufgehoben Das heißt, ihr könnt jetzt ruhig ein bisschen schneller fahren von mir Es gibt ja jetzt auch Sachen wie Virtual Safety Car und das richtige Safety Car und solche Sachen Also, auch da muss man noch drauf achten Nicht, dass ich hier unter Virtual Safety Car auf einmal irgendwelche Leute überhole Also, man muss wirklich viel, viel mehr im Blick haben als man das gewohnt ist von den Vorgängerteilen Boah, haha, ganz schlecht verschalteter Ich bin auf P12 Wenn ich das irgendwie halten könnte, wäre das schon ein super Erfolg Da vorne, die geben es sich aber auch richtig Also, je höher man den Schwierigkeitsgrad der KI stellt desto mehr kämpfen die auch gegeneinander Was ich in diesem Fall durchaus ausnutzen kann So, jetzt haben wir DRS Oder auch nicht Ich bin anscheinend nicht in der DRS-Zone Das finde ich aber merkwürdig Ich bin jetzt schon wieder Ich bin jetzt schon wieder Ich bin jetzt schon wieder Also ihr seht, im Moment konzentriere ich mich wirklich nur aufs Rennen fahren. Das ganze Menü und sowas, Einstellungen, Strategie und so, lasse ich jetzt einfach mal komplett außen vor, bis ich das Spiel einigermaßen wieder drauf habe und mit der Steuerung, mit dem Rennablauf an sich klarkomme. So, dann kann man sich mit anderen Dingen befassen, zum Beispiel jetzt auch mit Reifenabnutzung und sowas, bis man dieses Menü überhaupt erstmal gefunden hat. Und weil ich da jetzt drauf gucke, bin ich sofort aus dem Rennen, von daher lasse ich das lieber bleiben und konzentriere mich auf die Autos, die vor mir sind. So, jetzt haben wir DRS und da können wir spielen da vorbei und ich will mal gerade gucken. Session verwalten, Speicherstand, so. Ganz wichtig, zwischendurch immer mal wieder speichern, falls man irgendwie scheiße baut und das durch einen Replay nicht wieder hinkriegt. Kann man von halten, was man will, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich persönlich habe auch schon meine Grand Prix-Teile so gespielt, dass ich zwischendurch immer mal wieder gespeichert habe. Und ich werde das auch hier beibehalten. Ich denke, bei einem 100%-Rennen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man zwischendurch mal wieder speichert. So, der linke Seite meines Frontflügels ist ein bisschen beschädigt. Aber sollte noch klar gehen. Ich kriege jetzt von hinten allerdings so ein bisschen Stress. Gutierrez macht da so ein bisschen Druck und fährt mir da aus meines Auto. Muss ich wieder aufpassen, dass ich da nicht wieder eine Strafe für kriege. Ja, jetzt ist auch der Button so ein bisschen vorne weg. Gutierrez jetzt im DRS-Fenster. Und da hat er mich. Aber noch ist er nicht weg. Aber jetzt ist er weg. Und da ist schon der nächste. Boah, ich fahre jetzt rein. Okay, muss ich denn die Geschwindigkeit jetzt tatsächlich auch selber im Auge haben? Okay, 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 also man muss jetzt tatsächlich in der Box so ein bisschen aufpassen. In der Box selber kann man nach wie vor nicht fahren. Aber man muss die Geschwindigkeit hinkriegen selber. Das ist ja immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. Und sie wechselt tatsächlich die ganze Nase. Ach Mensch, das hätte ich euch auch schenken können. Ja, dadurch sind wir wieder auf P20 zurückgefallen. Die schöne, gute Position, die ich am Anfang des Rennens inne hatte, ist damit wieder vollkommen zunichte gemacht. Na ja. Dieta, die Entschuldigung, zum Vorsprung, zum Vorsprung. Wir müssen nachgehen, zum Vorsprung erhebieren. Sie müssen nach unten anfangen. Die Entschuldigung, zum Vorsprung. Das ist ganz wichtig. Ja, mein Schro linguierer ist. Untertitelung des ZDF, 2020 10 Sekunden hinter Arianto, das ist wirklich krass, wie viel Zeit die auf einmal gut gemacht haben, wo ich in der Box war. Ich meine klar, ich habe die Runde, die Inlab war ziemlich scheiße von mir und auch die Tatsache, dass mein Frontflügel gewechselt wurde, habe mich sicherlich nach hinten geworfen, aber, dass ich so schlecht war, ist schon krass. Naja, und Ericsson kommt auch schon wieder näher, also den werde ich auch nicht hinter mir halten können. Na ja, gucken wir, ob wir uns da im Laufe der Saison noch ein bisschen steigern können. Ja, und das meine ich, ich habe ja mal gesagt, man denkt immer, man ist zu langsam in dieser Kurve und dann geht man wieder Gas und schon fliegt man raus. So, und da ist Ericsson auch schon hinter mir und wird mich dann auch gleich überholen, denke ich mal. Damit haben wir unseren verdienten letzten Platz dann wieder. Fünf Sekunden verloren auf Arianto. Und ich labere auch schon wieder zu viel und konzentriere mich jetzt schon wieder zu wenig. Darum bin ich jetzt erstmal wieder ruhig. Oh. Wir werden schon überrundet, so schlecht sind wir. Aber wenn ich es bestraft werde, obwohl er noch nicht mal an Alexen vorbei ist, dann lache ich mich aber schlapp. So, komm Luis. Ja, wo willst du denn vorbei? So, aber das Gute ist, dadurch, dass er mich jetzt überrundet hat, kann ich mir die nächste Runde schenken und kann tatsächlich vor Alexen bleiben. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dass er mich jetzt noch überrundet hat, so kurz vor Schluss. Denn dadurch, wenn ich jetzt auf der Stadtziel gerade nicht noch überholt werde von ihm und ich habe DRS sogar noch. Rosberg war es nicht, Hamilton. Und ich bin vor meinem Teamkollegen im ersten Rennen geblieben. Habe zwar den P19 nicht geschafft, den ich eigentlich schaffen sollte, bin auch nur 20. geworden, weil Räikkönen halt ausgefallen ist. Aber letztendlich... Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfallen. Buch, verbuche ich das als Erfolg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stimp zu optimieren und ihre Reifen optimal. Und hier sind es aber, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Gar nicht so einfach, aber alles in allem würde ich sagen Nico Rosberg. Für mich war ich der Fahrer des Tages. Ich habe das voll gut hingekriegt. Wäre mehr drin gewesen, wenn die Runde vor dem Boxenstopp nicht so scheiße gewesen wäre und ich zwischendurch nicht immer wieder diese kleinen Konzentrationsfehler hatte. Aber naja gut. Saubere Runden im Prozent. 93, okay. Schlecht. So, Endposition vor ihm. Podiumsplatzierung haben wir natürlich beide nicht. Beide straffrei. Ich habe tatsächlich im letzten Sektor die schnellste Zeit gefahren. Also zwischen uns beiden Sauberpiloten. Nicht schlecht. Und zwar um eine halbe Sekunde sogar. Und habe sogar die schnellste Runde gefahren von uns beiden. Aber wahrscheinlich auch nur, weil er nicht an mir vorbeikam. Ne, aber trotzdem. Überrascht mich schon ein bisschen. Ey, es ist ja vorher, hat er ja auch ein bisschen aufgeholt. Einführung zu Karrierepunkten. Karrierepunkte erhöhen sich durch gute Ergebnisse auf der Strecke und in Übereinstimmung mit den KI-Schwierigkeitsgrad und den Hilfe-Einstellungen. Das waren diese 18%, glaube ich, die ich da vorhin gesehen hatte. Du kannst deine Punkte mit deinen Freunden vergleichen und herausfinden, wer der Platzhirsch ist. Okay. Ah, das ist quasi so XP-Punkte mäßig wahrscheinlich. Keine Rückblenden ausgelöst. Ne, das werde ich wohl nicht schaffen. Okay. So, das war das erste Rennen in Melbourne. Ich verbuche es trotzdem als Erfolg, weil ich nicht letzter wurde und meinen Teamkollegen deklassiert habe. Naja, mehr oder weniger. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.